Ein anderes neues Gerät, das gerade reingekommen ist, ist die CAH-101, verfügbar mit FM oder mit FM und DAB+. Eine sehr kompakte HiFi-Anlage, nicht zu vermischen mit der Mini-Anlage, weil es macht eigentlich mehr. Es gibt zwar ein CD, Radio, USB, Bluetooth und kann auch direkt von den Daten der PC übernehmen und wandert das dann auch nochmal hoch. So zweimal oder viermal. Auch die klassischen CDs, die man reintut, werden hochgewandelt nach zwei- oder viermal, die Qualität von das Original. Verfügbar als HRX mit den Lautsprecher oder ohne als kompakte Anlage mit dann Lautsprecher zum eigenen Wahl dazu. Preislich liegen die 4,99 Euro ohne Lautsprecher und 5,49 Euro als DAB-Version, verfügbar in ganz Deutschland.